Vielleicht werde ich jetzt mal nicht Level 1 komplett gemobbt auf der Top-Lane. Ich werde auch diesmal Stridebreaker, glaube ich, gehen. Ich werde auch nicht invaden, da habe ich keinen Bock drauf. Ihr könnt gerne Kills machen. Ich auch nicht. Ich habe eigentlich auch keinen Bock da drauf, ne? Ich will das eigentlich gar nicht. Ich halte nichts davon. Jo, nice. Mit Smite. Das wird jetzt eine richtig lustige Runde. Du invadest gerade erstmal schön. Schön. Ich invade jetzt. Okay, ich habe ihn zum Glück weggeführt, nachdem er in mich reingerannt ist. Jetzt geht es mir langsam nur... Weißt du, was auch ein großes Problem ist? Mein Setup. Weißt du warum? Ja. Ey, wirklich, ich dachte gerade, der rennt in mich rein. Ich habe schön die E unter mir platziert, dass der ja nichts macht, aber... Das Ding ist, ich komme gerade halt nicht weit, aber ich kann halt safe spielen. Und welchen noch? Garen. Ja, Garen hat jeder mal gespielt. Oh no! Ich mache ein Double jeden Moment. Schön. Ich kann gegen Yasuka noch nicht so viel machen, aber schön, dass du einen Double-Killer hast. Ja. Die Videos... Also wenn ich daraus ein Video machen wollen würde, wäre das ja nur sehr langweilig, weil einfach nichts passiert. Das habe ich mich treffen lassen. War jetzt nicht nachgekommen. War nur, du carryst es, ne? Ja, diesmal durfte ich auch. Oh, guck mal, ich habe ihn getrocknet. Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Ich schlag ihn auch richtig, aber let's go. Wards hinter den Gegnern platzieren, um die von hinten anzugreifen oder sowas. So, da bin ich halt noch nie auf die Idee gekommen und das ist schon recht hilfreich. Klar, das werde ich jetzt nicht machen, aber was ich damit sagen möchte ist, ich weiß nicht, dass es existiert. By the way, ich komme mal ganz kurz rum, wa? Du machst das schon, okay, schade. Dann halt nicht. Wie viel stehst du? 9-1 klar. 9-0. 1. Schlag. Das war fürs Ego. Das war dafür, dass du die letzte Runde nicht gecarried hast. Ja! Komm her, Morde! Jetzt habe ich gesmited, by the way. Hätte ich schon längst früher machen sollen. Machst du den jetzt nochmal weg? Ja. Wie viel Level bist du über ihm 3? Ah, mein Ult ist abgelaufen. Und stört mich nicht. Okay. Der wird das unterschiedlich. Hier steht Max Damage. Ja, okay. Wir haben gewonnen. Wer wollte nicht surrender bei dem? Report Team. Mauke wahrscheinlich. Aber er hat auch geschrieben, er möchte surrendern, also der war es schon. I don't fucking know. Das war eigentlich auch egal. Der Grund ist vorbei. Hey. Wie alles? Das einzige, was ich sagen muss, ist, dass bei Vex, mir ehrlich gesagt, so das In-Game wie der Champ aussieht und alles drum und dran nicht so sehr gefällt. Let's go! Oh, hell no. Wann hast du den Kill genommen? Ich kann so nicht spielen. Ah, stimmt sogar. Cool. Ich hab' die 2030er Ping. 2030? Ist ja bald. Ich weiß nicht warum. Ist auch nur ne Jahreszahl. Ey, mittlerweile ist es 4500. 2300. Nice. NICE. Ja, Scheiß drauf, Dicke. Solange ich den, solange ich den U-Rank bekommen. Alles Gute. ich habe die aufnahme ja auch erholte ich da raus aus dieser track euro ja gerne also die hey die sieht nicht schlecht aus aber du kannst du was ich ja kann ich also da kann es mich wirklich nicht klar ich weiß nicht so viel dass man halt kleinen konnte und das hat auch eigentlich spaß gemacht zusammen zu spielen warm zum kultet der die wälder ich sollte jetzt auch für zu hinten ich möchte es auch noch gewinnen das game das mache ich denke der jungen geht nicht wenn er nicht geht der weh nach ich sterbe doch nicht ich sterbe hier doch nicht ich dachte ich krieg mir jetzt mit der mit der bildet die das ich habe das so schlecht gespielt ja 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 das jetzt ff reportet wird inoffizieller pender ja ja weil die anderen noch tot sind ich habe einen kill bekommen ja ist okay mit 69 form noch mal schön in die faunen ich möchte im chat lea ach du scheiße der johann hat geschrieben xaja end yourself nauf garbage go fuck end your life als sie geschrieben just for real er wieder geschrieben just end yourself no one doing nothing this game what you expect don't hesitate no sub no top so now jump out of window so it was gg's na maybe i land on your moms pu componente ich kacke ab jurgel ich kacke ab Und im Hintergrund läuft bei mir Taylor Swift, Alter